so da sind wir auch schon bei den neuen aufgaben nämlich setzte gebäude in plant wie mache ich das am besten ihr seht gerade wo ich hier bin unterhalb von kolossal grobes da auf der brücke ich nehme mir immer einen bogen hallo dann hole ich mir hier die knochen mit da schon mal zwei da ist der dritte oben da ist der vierte dann gehe ich hier hoch und mir halt den knochen dann gehe ich hin baue mir diesen bogen zu einem uhrzeitbogen um dann gehe ich ganz simpel hin zu mir diesen vertreten kanister und bau den bogen einfach zum uhrzeit flammenbogen um so ihr könnt nämlich jetzt auch einfach hingehen und hätte den kanister in die luft jagen können aber ich zeige euch was ihr zielt einfach zieht den bogen komplett durch und damit fängt das alles an schon zu brennen also eine ganz simple aufgabe wie gesagt das geht halt um gruppenkeile logischerweise am einfachsten ihr landet einfach an der brücke hier sammelt die knochen ein guckt ob ihr einen bogen findet wenn dort kein bogen ist ihr unterwegs findet ihr safe einen bogen und jetzt müssen wir nur noch warten bis der ganze kram hier mal anfängt richtig zu brennen ich bin jetzt alles einfach hier an ich hoffe nur dass das jetzt auch als gebäude zählt müssen wir doch noch eine stadt reingehen aber eigentlich zählen dann nur die elemente die müssen einfach kaputt gehen und dann verbrennen sieht irgendwie schlecht aus was ist die los und hält die aufgabe nicht oder es dauert wieder ein bisschen so hierhin einfach hier alles in brand setzen zwei pfeile habe ich noch aber eigentlich müsste das doch so zählen oder meint ihr nicht auch aber entweder zählt es erst später oder aber es zählt nicht in gruppenkeile aber so sollte eigentlich der grundplan sein sollte es nicht zählen warum zählt das nicht so ich nehme gerne tipps in kauf beziehungsweise an warum zählt diese aufgabe nicht setzte gebäude in brand das habe ich gerade getan mehr als genug dann müssen wir was anderes machen dann müssen wir wahrscheinlich in einer stadt reingehen und da ein gebäude anzünden probieren wir das ganze nämlich dann anders oder aber sie zählt gleich noch aber normalerweise müsste die aufgabe genau so zählen so wir gehen erst mal rüber zone ist uns jetzt erst mal egal werden wir noch medikit das blöde ist natürlich jetzt wir müssen erst noch munition finden für unseren bogen also am besten eine munitionskiste logischerweise oder aber den bogen noch mal einzeln finden bogen liegen lassen wir ganz schlecht was auch leute jetzt finde ich kein bogen irgendwie aber warum zählt die aufgabe nicht ohne quatsch schreibt mal bitte in die kommentare wie eure erfahrungen sind ob ihr eine idee habt warum die aufgabe so nicht zählt weil normalerweise ist es genau so gedacht probieren wir das ganze mal an dem gebäude weil es ist ja ein gebäude ich meine ich bin auch nicht perfekt um gottes willen aber ich sehe die aufgabe ist so dann was bringt entweder ist die aufgabe bei mir verpackt oder aber das ganze ist nur im solo modus möglich aber so sollte es eigentlich aussehen wie gesagt wenn ihr eine idee habt dann gerne einfach mal in die kommentare reinschreiben und in dem sinne würde ich sagen haut rein ich probiere es jetzt noch mal im solo modus aber hier scheint wohl gerade nicht zu funktionieren also viel spaß noch das war ich bin ich bin Vielen Dank.